ja herzlich willkommen auf meinem youtube channel ich möchte mich kurz vorstellen mein name ist christian frautschi ich habe eine praxis hier am wunderschönen zürichsee in menedorf ich arbeite seit über 20 jahren für die gesundheit an der wirbelsäule an der wirbelsäule an den ursachen und gebrechen warum ist mal da zwickt mal da zwickt warum dass wir überhaupt krank sind warum das eine krank oder wie eine krankheit entsteht wo die hintergründe in dementsprechend auch eben maßgebend sind das ist der teil von meiner arbeit es gibt noch einen zweiten teil das sind dann mehr diese dinge die mich beschäftigen im leben draußen mit den leuten in verschiedenen landesteilen oder irgendwo auf dieser welt wo ich dann beiträge dazu mache weil das leben findet nicht in meiner praxis statt sondern es findet draußen irgendwo in der weltstadt und dann schreibe ich auch dort mit meinem hippie bus wo ich unterwegs bin meine bücher zum größten teil und gebe auch so informationen oder hintergründe warum das was wie so ist oder läuft oder was mich gerade beschäftigt was mich persönlich interessiert zwischendurch auch mal was mich einfach sauer macht aus dem leben wenn es um die gesundheit geht um vorurteile oder was auch immer ich spreche meine videos meistens auf hochdeutsch weil meine klienten international sind und aus der ganzen welt kommen also genug geredet ich wünsche euch jetzt viel spaß bei den videos und hoffe dass ihr für euch selbst etwas mitnehmen könnt und dementsprechend mit einer gesunden wir persönlich durchs leben das schreiten könnt bis dann bis zum nächsten